Viparita Chakrasana ist eine Bezeichnung des Rades. Bei Yoga Vidya nennen wir es einfach Chakrasana. Aber da manchmal auch Danurasana als Chakrasana bezeichnet wird, wird in den Traditionen, die Danurasana als Chakrasana bezeichnen, diese Stellung, die Raffaela gerade vormacht, als Viparita Chakrasana bezeichnet. Viparita heißt auch Umkehrhaltung. Viparita Stellungen sind ja auch Kopfstand, Schulterstand, Skorpion, Handstand. Und auch das Rad ist teilweise Umkehrhaltung. Bauch ist höher als Herz, Herz ist höher als der Kopf. Und so ist diese Viparita Chakrasana eine Umkehrhaltung, die gut ist für das Herz-Kreislauf-System. Natürlich ist diese Stellung vor allem eine Stellung für die Flexibilität in den Hüftgelenken, im Brustkorb und in den Schultern und sie stärkt auch die Arm- und Beinmuskeln.